Ich bin Christian Cewi, ich bin aus dem Saarland, ich bin Geschäftsführer der Cewi GmbH. Wir erstellen Fenster, Haustüren und Markisen her. Ja, meine Ausgangssituation war, dass wir versucht haben, über die normalen Printmedien und Radiowerbung Kunden zu gewinnen und wollten neue Wege gehen und da ist die A&M-Beratung uns aufgefallen und wir haben dann Facebook-Werbung geschaltet und das hat sehr gut geklappt. Ja, das Besondere an dem Event heute war, natürlich alle mal live kennenzulernen, viel Augengespräche zu führen, viel zu Netzwerken und natürlich auch Marvin und Alex mal kennenzulernen. Ja, die wichtigsten Erkenntnisse heute ist natürlich nochmal die Motivation zu haben, sich zu verbessern, weiter voranzugehen und das vorgetragen auch umzusetzen. Die Zusammenarbeit mit der A&M macht Spaß, man bekommt klare Instruktionen, Anweisungen und auch gute Ideen für die Zukunft. Also ich kann absolut die A&M-Beratung empfehlen. Marvin und Alex und auch das gesamte Team stehen immer mit Ratentat zur Seite und man bekommt immer eine gute Antwort und eine gute Lösung präsentiert, sodass man auch in Zukunft super arbeitet.